Weihnachten 2020 Weihnachten 2020 Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich in seinem höchsten Thron, der heut aufschleust sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Das ist nicht nur vor 2000 Jahren so gewesen, sondern auch in diesen Tagen diese frohe Botschaft. Gott öffnet sein Himmelreich und bringt uns Freude. Freude, die hörbar wird in wunderbaren Kompositionen, die wir Ihnen gerne übermitteln wollen durch diese Sendung. Bachs Jauchzet vor Locket gehört dazu, ganz selbstverständlich. Und wir erfreuen uns immer wieder daran, aufs Neue. Drei Motetten aus einer wunderbaren Leipziger Sammlung europäischer Musik singen wir Ihnen. Die Sammlung heißt Florilegium Potence. In Leipzig ist über viele Jahrhunderte diese Motetten gesungen worden. Und wir freuen uns, dass wir das heute in unserem Programm mit aufnehmen. Telemanns Kantate, lobt Gott, ihr Christen, allzugleich, hat auch einen Bezug zu Leipzig. Wir alle wissen, dass Telemann auch in Leipzig gewirkt hat. Und eigentlich hatten wir alle den Wunsch und die Hoffnung, dass wir uns in großer Zahl wieder zusammenfinden können zum Weihnachtsfest. Das ist nicht möglich in diesem Jahr. Aber die Freude überwiegt trotzdem. Wir sind untereinander verbunden. Alle Sängerinnen und Sänger und auch Musikerinnen und Musiker, die in diesem Jahr auf vieles haben verzichten müssen, haben untereinander ein wunderbares Gefühl und eine Gewissheit der Verbundenheit. Diese Gewissheit trägt uns in diesen Tagen und wir möchten mit der Musik, die wir Ihnen gleich singen und musizieren, einen Ausdruck dieser Verbundenheit vermitteln. Es ist auch wichtig, dass wir da diejenigen mit in uns hineinnehmen, in diese Verbindung, die in Sorge sind um einen lieben Menschen und auch diejenigen, die krank sind und zu leiden haben. Die werden wir nicht vergessen. Und wir versuchen, diese Freude auch diesen unseren Mitmenschen zu vermitteln. Im vergangenen Jahr, am 23. Dezember, haben wir uns noch in sehr, sehr großer Schar versammelt. Das ist dieses Jahr nicht möglich. Aber ich habe es schon gesagt, die Verbundenheit ist da. Und mein und unser Gruß geht an Sie alle mit ganz, ganz vielen guten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ihnen allen senden wir viele herzliche Grüße und wir freuen uns auf viele Begegnungen im kommenden Jahr, dass Ihnen allen nur Gutes bringen möge. Bleiben Sie behütet und von Gott gesegnet. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit zärtlichen Trieben Mit zärtlichen Trieben Mit zärtlichen Trieben Mit zärtlichen Trieben Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die Kraft! Amen! 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 Die Bibliothek Der Bibliothek Es ist ein Sohn, kommt in die Welt, Weil ihm ihr Heil so wohl gefällt. Und seine Liebe singen Gott. Zu dir selbst als Mensch geboren wir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Vielen Dank.